Das ist wie lange ich bin 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 Moin Leute Und herzlich willkommen zurück zu Eurotracks Summonator 2 Wir werden jetzt hier eine weiter Fahrt mit unserem schönen Dopp hier machen Fahrern Wie ihr seht, habe ich schon einen Auftrag genommen gehabt Ehh... Ehh... Oder weiß ich, was das da ist Nach... Dortmund zu fahren Wir werden mal reinspringen an unsere Karre Und losfahren Und ich glaube, das muss die Gäste los Ne? Geht? Was? Unglaublich noch Tagweilicht ab Hier Und jetzt gehts ab nach Dortmund Ich glaube, meinst du Ich bin schlauert Und jetzt geht das Los, ich finde das Wasel Und jetzt geht das Wir werden In den Fall Wir werden Wir werden Und die Ja Nicht Ja Ich hoffe, ich gebe es Wir müssen es in der Zeitdiskusschung gehen. Wir müssen den Frens nicht so schnell gehen. Wir müssen den Frens nicht so schnell gehen. Ah, spielt der jetzt keine Runde? Wir haben den Rhythm, ich lasse hier einen Anruf auf. So, alles klappt. Was soll los? Ja, das war auch ein Fail. Ich hab's drauf. Nein, ich soll nicht. Natürlich, immer wenn ich gut bin. Ich verstehe ihn dann nicht. Ja, ich hab jetzt auch das Spiel auf die 1.71 gepatcht rum. Naja, ich vermau's euch jetzt. Ich hab mit meinem Kollegen Heiko eine ETS-Fay-Spedition gegründet, die noch im Aufbau ist. Äh, es ist aber eine andere Map. Nicht die, sondern die TSM. Also Trucker, Truck, Sim, Mod, äh, Met. Hier nochmal die ETS-Fay-Spedition. Die fahren hier und mit einigen kleinen Mods. Das ist natürlich nicht sehr fertig. Geil sein? Oder Leit sein? Ja, aber ein Bruder war ja auch besser. Oder später, genauer. Wir werden jetzt noch mal fahren. Plus es ist so schweiß... Scheiß... Oder schweiß... Scheiße, reicht nicht. Es dauert halt nie, weil wir da sind. Ja. 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 Und sorry, dass momentan so wenig Videos bekommen. Ich hatte in der endlichen Zeit keine richtige Lust aufzunehmen oder auch an den PC zu gehen. Und... Ja, ich versuche jetzt wieder öfters aufzunehmen und hochzuladen. Und vielleicht auch noch ein paar neue Projekte zu starten. Ich habe mir jetzt noch den Fußballmanager, also Fußballmanager 14. Ich habe das auch noch... ...geholt. Vielleicht werde ich da auch was anfangen. Also, Let's Play anfangen, so... Vielleicht sogar heute noch. Ich muss es uns überlegen. In der zweiten Uhr gefahren. Als ich jetzt sage dir, Coachバkan. Also, ich würde wieder nehmen. Ich carved dir jetzt nach. Okay. Ich war schожал Cadd ... Ja, ich werde es wahrscheinlich machen, aber bis heute dann, weil ich weiß nicht, ob ich die Lust dazu habe. Ja, ich glaube, ja, werde ich gut machen, ja. Ja, sorry, ich bin gerade im E-Signal da. Ja, das ist ein schöner Techno Handsome-Mix. Dunkel, dann geht es noch ein klein. Warte mal... Das haben wir aber schon ein ganzes Stück hinter uns. Na, dauert nicht wohl, ich bin lange da, ist das doch schon da... ok das fächern wir von der Klammer fahren 2,40 Kilometer, dann haben wir den Platz, äh, Hentos gebaut. Ich kann mich mal überlegen, ob ich die ganze Sache über Team Siegel laufen kann, dass ich die Musik vielleicht besser einschalten kann. Ja, müsste ich die nicht ausprobieren. Oder kann ich auch heute noch machen? Beim Oroch Rack of the Seam U-Lane? Hey! Guten Morgen! Äh, beim Fuss von Cruncher 14 und so. Und dann werde ich es nur ausprobieren, ob er anleckt oder aufgrund läuft. Ich weiß es nicht. Ich werde es ja sehen. Das heißt, ich komme mit wenig. Ich hoffe, ich bleibe heute durch. Ich wollte es eigentlich ausprobieren, aber ich habe mir das schon etwas gesagt. Bloß, ich mache es immer wieder beim Singleplayer, also meine Partnerkorn im Oroch Rack of the Seam U-Lane. Hier ist ein Kreuzgeladen. Also, dein Beleger. Oh, ich kenne ja die Beleger. Danke. Oh Gott, das geht noch nicht so gut. Ja, und halt, die können durchfahren wir nicht. Na, planen wir mal um Motros zu gehen. Das ist gut nach der Aufnahme. Und gucken, ob unser Modder auch das genau was Neues rausgebracht hat. Ich werde sie sehen und der ist so hoch auf der Kugel. Mit der Karre. Und ich schaffte es unten. Und jetzt gehen wir in die Gesprächsthemen rausgegangen. Ah, ich weiß nicht, ob ich nochmal mit FIFA 13 anfangen kann oder will. Ah, die ist dann BioPro. Ehhhh, ich weiß nicht, ob ich mir noch überlegen die Tage. Die ganze normale FIFA 12 habe ich ja beendet. Deswegen haben wir überlegen, ob ich BioPro mache. Da war ein Blitze. Da war ein Blitze. Das ist nicht der... Niiiice. Also, das kann ich noch nie tun. Das ist das Typ für meine tomorrow. Das ist das Typ für meine Freunde. Das ist das Typ für eine Herrschleinrichtung. Und das ist das Typ für meine Hunden, dass ich mich nicht weiss. Als ich selbst rure. Das ist das Typ für meine Hunden. Also, denke ich mich ist einiger. Ich seh, ich mich nicht so weit. Ich meine Hunden, dass du dich nicht zugleich hast. Ich habe nichts mehr so weit. Im Hunden genetst. Das ist so geil, ich wuchze die Frau zu, das merke ich. Ich weiß nicht, dass ich gleich auf dem Puzzle stoppen muss, also Cut, weil ich gleich sicherlich zum Mittagessen gerufen werde. Ich hoffe das war nicht. Das wird nämlich shithaven, dass ich da nämlich ungern kann. So, wenn wir auf dem Puzzle, da haben wir gerade auch im Kurs vielleicht erreicht. So, in der nächsten Mal, wir werden über 30 graden. Ich weiß nicht, dass man nicht nachschliegt. Ich glaube auch nicht. Ich mache hier immer noch geradeaus. Vielleicht mal hier auf dem Mittelschrank. Das ist noch eine gute Entscheidung, weil hier die Knabbsräume kommt. Ja, ich wusste es nicht, ich mache es kurz in Kanten, wir sehen uns gleich wieder. Jo, da bin ich wieder. Nach dem kurzen Kanten, so meint das. Ähm. Weil ich erst musste. Weil die Fahrraderinnung verbluten ist, fahren wir den Rest der Strecke weiter. Und dann fällt es richtig gut wählen. Ich hab schon gesagt, ich gucke gerne, äh ungern. Dann hat es... Ich weiß nicht, aber das ist scheiße. Ja. Ähm. Ähm. Gott, wie soll ich es sagen. Scheiße kommt. Oder vorkommend so. Weil das Video halt einmal so kurz, irgendwie so abgehakt ist. Äh. Äh. Und ja, ich mache gerade auch extrem in der Harding nach. Äh. Lebegrößer, wenn ich echt kraft, damit ich was du sehen wirst. Äh. Danke, dass du mich so auf die Scheiße in den Ding gebracht hast, dich nachzumachen. Äh. Verdammt. Falls du was für dich hast. Sorry. Hat auch nichts dafür, äh. Du hast allen gefahren. Äh. Haben gleich schon geschafft, meine Freunde. Ähm. Tanken werde ich jetzt nicht fahren. Ach, ihr wisst jetzt auch oft. Auf der feisten Seite, sorry. Obwohl ich eigentlich tanken müsste. Äh. Noch ein leichter Tank, ja. he 모르 circles nach der Fall ist. Emm, appellate. Immer. klegrillig Ja. Wie viele, die Neustatscheiners. ... Wird da. ... ... ... ... Kecklich Ach, da müssen wir natürlich direkt nach Dortmund rein oder? Doch, doch Erster Offenthalt gehen Dort Oh nein, hier ist nicht direkt an der Stadt Guten Tag, Kollegen Ich probiere jetzt das einfach, ich glaube ich fixe dich hier nicht an Ich probiere gerade, du bist viel Geht Ich habe das Gefühl, dass ich mein Handy habe. Ja, okay. Ausgezeichnet. Oh, cool. Ganz knapp vorbei am Level Up. Keine Info mehr. So, ich hab meinen nächsten Auftrag bekommen. Ah, nicht unbedingt noch einen Shattered-Sport. Göring, was ist denn das? Da oben, okay. Äh, fällt da. Was haben wir hier noch so? Osnabrück, Düsseldorf, Osnabrück, Dortmund. Ernsthaft, bringt's echt? Dortmund, Dortmund. Dortmund, Dortmund, okay. Da wird's wohl hier Tomaten sein. Man wird's sich dir nicht mal wiedersehen. Sicherlich... Ich bin hier. Entschuldigung. Ich bin hier. Entschuldigung. Ich bin hier. Entschuldigung. Ich bin hier. Alles. Alles. Ich geh mal ein bisschen auf Erkundung. Ich fahr nämlich da hinten in Handjack-Map. Ich bin natürlich auf der Horde! Rating! Rating war's! Nee, Spaß! Was? Na los, voll zu! Yo, klar! Die war noch grün! Ah, schlechter! Hält mich, boah! Kreuz, vergiss dich! Okay, das scheint in dem Ende zu sein da hinten! Ah, durf! M1! Der M1 ist auch noch geile in der Marke, finde ich! L1! Der M1! 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 So, das war's auch für diesen Fahrt. Ah, mach nochmal. Ich werde nochmal ein Stück hoch machen. Das war's für diesen Fahrt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin der Marcel Peden, euer Riedmann, ich höre es raus. Tschau!